Karl Marx und Friedrich Engel sagten einst, alle sprechen über das Wetter, nur wir nicht. Und derzeit sprechen alle über das, was im Kryptobereich vor allem am Wochenende passiert ist. Und ich auch. Aber die Frage ist, eigentlich sehen wir nicht schon im Hintergrund, hinter den Kulissen, so eine Art Flucht in die Sicherheit, Flucht in die Qualität, die durch die Kursstände, durch die Indexstände so ein bisschen verdeckt wird. Aber wir sehen, dass schon einige Blasen ziemlich herbe geplatzt sind. Und im Folgenden will ich mal so ein bisschen die Anatomie des derzeitigen Marktes zeigen, ein bisschen die Struktur zeigen, mit der wir es derzeit zu tun haben. Fangen wir mal an mit den geplatzten Blasen. Hier sehen wir die IPOs oben. Da ist doch ein ziemlicher Breakdown passiert. Wir hatten jetzt den Börsengang von Coinbase, fing sehr, sehr gut an, ist dann doch einer gewissen Ernüchterung gewichen. Wir sehen also, wir sind durchaus schwach auf der Brust, was die Performance dieser IPOs betrifft. Und wir sind vor allem schwach auf der Brust, was diese sogenannten SPACs betrifft, diese Sondervehikel, diese Börsenmäntel, die dann andere Unternehmen kaufen. Das tun sie, wenn sie es denn tun, meistens viel, viel zu teuer, weil sie eben irgendwie irgendwann mal was machen müssen sollten. Das ist genau das Problem. Da ist jetzt auch regulatorisch ein gewisses Problem entstanden. Und wir sehen, da geht es ziemlich deutlich nach unten. Und da sagt Morgan Stanley, dass diese Grafiken hier erstellt hat. Ja, das zeigt aber auch vielleicht, dass Liquidity so ein bisschen rausgeht aus dem Markt, dass Liquidität so ein bisschen verschwindet. Warum ist das so? Nun ja, wir haben ja zunächst mal, wenn wir uns die Daten zum Beispiel aus den Banken anschauen, jetzt die Zahlen der großen US-Banken, dann haben wir gesehen, da ist kaum Kreditwachstum der Fall. Also es ist nicht so, dass jetzt hier massenweise das Geld jetzt noch so locker sitzt, zumindest was die Konsumenten betrifft. Wir sehen auf der institutionellen Seite, dass jetzt viele Banken gerade die Hebelung, die Leverage einschränken für Hedgefonds, nachdem Archegos in die Luft geflogen ist. Also wir sehen, dass da möglicherweise so ein bisschen Liquiditätsentzug der Fall ist, weil man ein bisschen vorsichtiger wird seitens derjenigen, die eben dieses Geld verteilen. Das Geld ist noch massenhaft da. Die Notenmarken haben geflutet, gar keine Frage. Aber es ist jedoch offenkundig jetzt so, dass dieses Geld nicht mehr bereit ist, in jeden heißen Scheiße zu fliehen sozusagen oder reinzulaufen, sondern man sucht sich das genauer aus. Schauen wir mal den gestrigen Tag an der Wall Street an. Sehen wir hier der einzige Sektor, der gestern positiv war, war Real Estate, ein defensiver Sektor, am schwächsten Information Technology und Consumer Discretionary, das waren die Stars der letzten Zeit. Aber was wir unten sehen vor allem ist der Sox, also der Halbleiterindex, Chips etc. Der hat gestern richtig auf die Mütze bekommen, 3,5% verloren. Das ist also hier schon ein gewisses Risk-Off-Motive, was wir hier durchaus sehen können. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die innere Lage der Indizes ist, sowohl beim Nasdaq als auch beim Russell 3000, hier in dem Nebenwerteindex, also, dann sehen wir, die Kurse sind weiter gestiegen. Aber der Breath wird immer schlechter. Also die Marktbreite, es sind immer weniger Aktien, die diesen Aufschwung mittragen. Es sind die wenigen jetzt im Nasdaq, sind es vor allem die Frenge-Aktien, die diesen Aufschwung mitgetragen haben. Die anderen sind nicht mitgezogen. Damit haben wir eine Situation, wie sie schon eigentlich in der ersten Corona-Welle war, dass diese Tech-Werte, die großen, schweren, marktkapitalisierten, großen Player, dass die sozusagen den Gesamtmarkt irgendwie oben gehalten haben, obwohl viel mehr Aktien gefallen sind, sind die Indizes gestiegen, eben aufgrund der Marktgewichtung dieser Frenge-Aktien. Also hier sehen wir eine gewisse, ja, auch Flucht in die Sicherheit, könnte man sagen. Flucht in die Sicherheit, gestern Tesla unter Druck und RKK, also das Wunder-Vehikel von Cathie Wood ist gleich mitgefallen. Klar, Bitcoin und Tesla, wenn beides fällt, ist das nicht so gut. Tesla ist deswegen gefallen, weil gestern ja ein oder jetzt ein Unfall mit zwei Todesopfern stattfand. Und bei Houston, wo zwei Menschen offenkundig im Auto saßen, auf Autopilot und nicht im Fahrersitz saßen, der Wagen ist dann von der Straße abgekommen, massiv gegen einen Baum gepreilt, beide Insassen tot. Jetzt hat Elon Musk sich gemeldet und Interessantes gesagt, ja, guckst du, so fasch, Autopilot was not enabled. Also der Autopilot war gar nicht angestellt, der war gar nicht aktiviert. Mithin widerspricht also Elon Musk dieser ganzen Erzählung, dass das ein Unfall war, der sich aufgrund eines Versagens des Autopilots ergeben hat, der dadurch verursacht wurde. Und dieser ganze Komplex ist insofern wichtig, weil ja die Bewertung von Tesla auch davon abhängt, wie stark dieses autonome Fahren im Fokus ist, wann es kommt. Und das Problem ist, dass es möglicherweise noch sehr lange dauert, bis es massenwirksam kommt oder bis es wirklich verbreitet ist, weil Algorithmen brauchen Algorithmen. Wenn da irrationale Menschen im Verkehr mitmischen, dann sind vergleichsweise klar strukturierte Algorithmen nicht in der Lage, damit umzugehen. Das ist meine These. Also entweder fahren nur noch Algorithmen oder eben praktisch nur Menschen, aber ein paar Algorithmen unter anderen Menschen, das wird nicht passieren. Jedenfalls lehnt sich damit Elon Musk sehr weit aus dem Fenster. Denn wenn das falsch ist, was er hier sagt, nämlich, dass der Wagen sehr wohl auf Autopilot war, dann wird er ein richtiges Problem bekommen seitens der Behörden. Deswegen sagt hier jemand auch, The Street was an All-In-Move by Elon. Also da geht der All-In. Wenn er da hier Dümpfiff erzählt hat, auf Deutsch gesagt, dann hat er ein Thema. Und so sehen das auch vor allem die Ermittler auf dem Kunde. Die sagen, wir haben ganz klare Belege, dass diese zwei Herrschaften, diese zwei jungen Männer in das Auto eingestiegen sind. Sie wollten einem Freund zeigen, dass das Auto alleine fährt, haben sich nicht in den Fahrersitz gesetzt oder keiner saß am Fahrersitz. Also Elon widerspricht hier sozusagen den klaren Indizien, die die Polizei hat. Das könnte eine Untersuchung dann geben, falls die Dinge sich so herausstellen, wie die Polizei derzeit einnimmt. Und der Elon Musk hier mal wieder mit einem Tweet versucht, die Wahrheit ein bisschen zu biegen. Dann könnte das durchaus ein Problem, nicht nur für Elon Musk, sondern für Tesla insgesamt werden. Übergeordnet sehen wir, dass jetzt auch morgen Stanley etwas sagt, wovon ich auch überzeugt bin, nämlich Flucht in die Sicherheit kauft eher Qualität als jetzt diese Unternehmen, die schlechte Bilanzqualität haben. Und davon gibt es ja einige. Wenn man sich mal den Russell 2000 anschaut, dann sind etwa 40 Prozent der Unternehmen machen Verluste. Das verstehe ich nicht unter Qualität bei Unternehmen. Dementsprechend sehen wir jetzt wahrscheinlich so einen defensiven Shift hin zu eben qualitativ besseren Unternehmen mit besserer Bilanz und raus aus den Unternehmen mit schlechterer Bilanz. Genau das empfiehlt Morgan Stanley hier in dieser Analyse. Ja, wir haben den Abverkauf bei Kryptos gesehen am Wochenende. Gestern keine wirkliche Erholung, aber auch kein weiterer Abverkauf. Hier hat Michael Silver mal einen Chart gezeichnet. Bitcoin als Frühindikator für den S&P 500. Immer so drei, vier, fünf Tage läuft der Bitcoin voraus. In der Tendenz ist das sehr, sehr ähnlich, wie Sie hier sehen. Bitcoin ist natürlich noch ein bisschen volatiler, aber wir hatten ja jetzt diese dicke rute Kerze oder schwarze Kerze hier am Wochenende. Jetzt hatten wir gestern dann beim S&P Verhaltene Verluste, Dow Jones Verhaltene Verluste. Nasdaq 1 Prozent, aber Russell 2000 zeitweise 2 Prozent. Die Minus dann mit 1,5 Prozent geschlossen. Also wir sehen, da könnte eine gewisse Frühindikation durch Bitcoin und Kryptowährungen eben vorliegen. Ich hatte es gesagt, die Flut hebt alle Boote. Und wenn dann eben die Flut ein bisschen nachlässt, dann laufen manche eben auch auf Grund. Apropos Bitcoin, hier sieht man nochmal 76 Prozent. Der Bitcoin-Hodler besitzen weniger als 0,01 Bitcoin. Das entspricht also 630 Dollar. 91 Prozent derjenigen, die irgendwie Bitcoins haben, besitzen dagegen weniger als 0,1 Bitcoin. Also weniger als um und bei 6.000, jetzt 5.500 Dollar könnte man sagen. Also diese immense Konzentration von Bitcoins in der Hand weniger ist nach wie vor das Problem. Das ist viel extremer als bei Fiat-Geld. Und das muss irgendwie sich ändern, sonst ist Bitcoin nicht wirklich die Lösung für eine gerechtere Gesellschaft. Auch wenn ein dezentrales Zahlungssystem, ein dezentrales System insgesamt zu begrüßen ist, weil niemand da die volle Kontrolle hat und sagt, so und so habt ihr jetzt zu agieren, sonst habt ihr ein Problem. Genau das hatte ich mit dem Blocktrainer thematisiert in dem Interview vom letzten Freitag. Hier sehen wir nochmal, ich flotate alle Boote, hier sehen wir, was die einzelnen Staaten und Wirtschaftszonen gemacht haben in Sachen Stimulus. USA 12,3 Billionen, die Eurozone 6,8, Japan 3,8, UK 1,3, China nur 2,6. Für die Größe Chinas ist das sehr, sehr wenig. Also man sieht, die Chinesen haben hier relativ am wenigsten raushauen müssen. Die Aktienmärkte Chinas laufen deswegen auch vielleicht nicht so toll. Kommen wir jetzt zu den Effekten eben dieses Stimulus. Jetzt hat Coca-Cola gestern gesagt, wir werden die Preise anheben, um die höheren Rohstoffkosten eben auszugleichen. Das ist die erste Preisanhebung seit dem Jahr 2018. Coca-Cola könnte damit sozusagen den Standard setzen. Hier sehen wir Lamber, die Preise explodieren, also für amerikanisches Bauholz mit Auswirkungen bis auf Europa, weil aus Deutschland zum Beispiel Holz in die USA geliefert wird. Hier sehen wir, es gab bei Lamber keinen einzigen Tag, an dem die Preise gefallen sind, seit dem 26. März. Das sind ziemlich kranke Entwicklungen, die da passieren. Inflationär natürlich, wenn die Preise so massiv steigen, dann wird es für Hausbauer immer schwieriger, sich ein Haus zu bauen. Und da stellt sich doch die Frage, warum steigen die Anleiherenditen nicht? Warum ist es nicht so, dass jetzt eben die Anleihen auf diesen gestiegenen Inflationsdruck, der an allen Fronten erkennbar ist, wirklich reagieren? Okay, man kann sagen, wir hatten einen Short-Squeeze jetzt, es standen alle zu sehr auf der selben Seite und gestern sind die Anleiherenditen in den USA ja auch gestiegen. In Europa hatte ich gestern auch gezeigt, sind sie deutlicher gestiegen oder gab es diese Korrektur nicht, die wir jetzt in den USA gesehen haben? Aber was ist da irgendwo falsch? Es muss irgendwie eine Erklärung geben, die wir wahrscheinlich erst später wissen. Möglicherweise wird dieser Aufschwung, dieser Boom nicht so toll wie gedacht. Möglicherweise ist es ein kurzes Strohfeuer oder was steckt dahinter? Ich sehe überhaupt keine Antwort auf diese Frage. Zeige aber hier mal Commodities hier von Thomson Reuter. Hier gibt es einen Commodity Index, der jetzt ziemlich genau an einer lang-langjährigen Abwärtstrend-Genie ist. Und die Frage ist, kommen wir da drüber? Das könnte dann eben ein Zeichen dafür sein, dass wirklich Inflation kommt. Denn wenn die Rohstoffpreise weiter steigen, steigen die Inputkosten für die Unternehmen, steigen Inputkosten für die Unternehmen, müssen sie diese Preise eben, die gestiegenen Kosten weitergeben an die Konsumenten? Oder es geht direkt auf die Marge, das wäre schlechter für die Firmen. Und das werden wir jetzt in dieser Berichtssaison auch sehen. Kommen wir zu die Politics. Wir sehen jetzt Russia, Russland, denn diese Geschichte scheint sich immer mehr aufzuheizen. Über 150.000 Soldaten sind da jetzt stationiert im Bereich Krim, wie eben auch Ostukraine, Donetsk, dieses Gebiet, hier die USA, Deep Concerns über Russland. Da hat man teilweise ja das Schwarze Meer blockiert oder den Zugang zum Schwarzen Meer blockiert seitens der Russen. Jetzt meldet die englische Mirror, dass Russland plant, hier die Ukraine praktisch von der Wasserversorgung abzuschneiden. Das ist ja eines der Pläne, die man hat. Nun wird im Westen selten berichtet, dass genau das durch die Ukraine passiert ist bei der Krim. Das heißt, die Krim hatte die Wasserzufuhr für, andersrum, die Ukraine hatte die Wasserzufuhr für die Krim blockiert. Spricht im Westen keiner drüber. Aber es zeigt, was da alles so an Dingen läuft, wie die Dinge sich hier ein bisschen hochschaukeln. Ich hatte gestern gesagt, dass hier Kamerateams des russischen Fernsehens in die Ostukraine beordert wurden, ohne dass man ihnen gesagt hätte, was sie da tun sollen. Sie sollen sich nur bereithalten. So hieß es. Kommen wir zu den anderen besten Freunden der USA, China. Die haben jetzt gesagt, wir haben kein Interesse, den Dollar zu ersetzen. Und mit dem digitalen Yuan, den man hier ja platzieren will, eine globale Reserve Currency zu schaffen, also eine globale Währung zu schaffen. Wer es glaubt, der wird ganz unbedingt selig, so steht zu vermuten. Und selig wird vielleicht auch Armin Laschet, der gestern in einem Gewaltakt hier im CDU-Vorstand eine Kampfabstimmung erzwungen hat, die er gewonnen hat mit, glaube ich, 31 zu 9 Stimmen. Aber wird das ganze Theater jetzt heute weitergehen? Jetzt könnte es passieren, dass Söder sagt, ja, lasst uns doch mal in der Fraktion, in der CDU-CSU-Fraktion abstimmen. Denn das, und das war das Argument von Söder, ja, das sind diejenigen, die letztendlich den Wahlkampf machen, die um ihre politische Zukunft fürchten. Also das ist nach wie vor nicht vorbei, auch wenn vieles jetzt nach Laschet aussieht, wie ich das gestern auch vermutet hatte. Aber noch ist der Söder nicht aus dem Rennen. Der Schaden wird für die CDU nach meiner Auffassung immens sein. Ob der Schaden für die Märkte immens ist, ob wir gestern den Start einer Korrektur gesehen haben, das ist noch offen. Aber nicht offen ist, dass wir sehen, dass schon einige Blasen geplatzt sind, über die eigentlich keiner spricht. Man hört wenig über die schwache Entwicklung der IPOs, man hört nichts über das Platzen der SPACs. Das könnte eben ein Zeichen dafür sein, dass die Liquidität nicht mehr so vorhanden ist, wie sie noch in den seligsten. Die Welt wird nach Corona toll und viel, viel besser als vor Corona, dass diese Zeiten irgendwie vorbei sind und vielleicht eine gewisse Nüchterung auf der fundamentalen Seite eintritt und auf der anderen Seite eben auch diese Exzesse jetzt abgebaut werden müssen, könnte man sagen. Wir werden sehen, ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesem in Hamburg zumindest extrem sonnigen, schönen, wunderbaren Tag. Ich hoffe, es ist bei Ihnen ähnlich. Bis dann, Servus und Ciao.